Ein Zombie angekommen. Komm her, Zombie. Komm her. Komm her. Paul, du bist ein Mongo. Ohne Witz, du bist ein Mongo. Ich war aber nochmal gut. Alter, hier oben spawnen mehr zum Besetzen. Ja, ich weiß, da oben ist nicht richtig ausgeleuchtet. Sollten wir nochmal machen. Mhm. Bei uns können wir die Masse falsch machen. Das ist nicht richtig zu machen. Ja. Oh, manche sterben auch so, ne? Ja, den habe ich gerade eben deine gegeben. Guck mal hier hoch. Wir müssen die Monsterfalle irgendwie noch... Ich will die Spawnetage noch erweitern. Hast recht gehabt. Äh. Da unten hast du gerade die Spawn. So. Alter. Piss ich nach da unten. Aua. Tschüssi, Zombie. Wie bist du denn da reingesprungen? Von da oben reingesprungen. Ich fühle dich ja voll damit schon. Halt, ich dachte mir, dass wir die nur so machen. Rechts und nach links verlängern. Was soll die Scheiße jetzt, ne? Was soll die Scheiße jetzt, ne? Ich hab' geboten. Gämmertes. Ja, stimmt. Voll. Ich habe vollen Hunger. Ich fette, Leo nimmt eh schon nicht mehr auf, weil die Westplatte voll ist. Wie lustig. Ich hab' die Fackel weggemacht, in der sie konnte spawnen. Ich hab' die Fackel nicht aufgenommen, weißt du. Das ist ja richtig krank. Leo, Leo, weißt du, wenn man alles zwei Felder tief macht, spawbt die dann noch spawnen, ne? Was, wenn man alles... Ja, wenn man alles um den Spawner rum zwei Felder tief macht, dann spawnen die doch da nicht mehr, oder? Weißt du, was ich auch machen? Ja, wir spawnen auch in der Luft. Was sagen? Oh, okay. Wir müssen hier die Beleuchtung ausmachen, ne? Solltest du bei Com zum Beispiel doch gar nicht gehen. Ja, erstmal... Alter, wie weit jetzt? Hm? Solltest du bei Com zum Beispiel gar nicht gehen. Ich hab mal die Be... Wir müssen die Beleuchtung... Wir müssen die Beleuchtung auch in den Nachbarhöhlen ausmachen, ne? Das weißt du zwar. Warte. Ey. Weil wenn die Beleuchtung in den Nachbarhöhlen aus ist, dann wird das nochmal besser mit dem Spawn. Ja, genau. Ich mach jetzt in dem... In dem gesamten ähm... Farm da mach ich jetzt überall die Dings aus. Das ist ne ganz ganz tolle Idee. Aber spawnen die auch über Wasser? Mhm. Weiß ich jetzt nicht genug. Spawnen sie nicht. Also ich bin fast der Meinung wie Spawn. Wann mach ich jetzt? Wann mach ich jetzt? Wann mach ich mal kurz die Wackel ab, ja? Mal gucken. Oh, das ist noch zu hell. Ne. Gerade eben hast du auch richtig schnell gespawnt. Ja, was auch genug. Wann hat die haben das gepatcht jetzt? Wann hat die Fandom? Wann ist das nicht dran? Wann mach ich? Wann mach ich? Ich werd das ausprobieren. Wann mach ich den? Wann mach ich? Wann mach ich? Wann wenn der nicht mehr schwebt? Ja ok, dann haben die's gepatcht, dann darf der nicht mehr schweben. Ok. Wann mach ich den? Loi. Ganz schöner Mewa. Oh ja genau, ich hab's verschoben. Alter. Ja. Hinter dir. Danke. Was denn? Der rennt hier hinterher übrigens. Hm, der rennt mir hinterher. Du hast mir niemanden zum Falle geschoben. Ups. Loi, wie zu spawnen jetzt hier so verdieblich halt auf zu spawnen. Das wollen wir nicht. Loi. Hi. Auf welcher Höhe ist denn die Monsterfalle? Mach mal da wo die Monsterfalle sein müsste. Löcher rein und dann macht er Glas. Ich bin auch gerade eben durchgefallen. So schön. Mit funktioniert unsere Monsterfalle nicht so. Doch, doch. Mann, ich guck mal, die müssen jetzt alle ins Wasser fallen. Ich guck mal, was wir machen. Hier spawnt ja jetzt gar nichts mehr. Was soll denn? Warum? Ja, weil ich da... Weil du da ja ausgeleuchtet hattest. Ich hab mal unten auf dem Boden... Da war auch ne Fackel. Die hab ich jetzt mal abgebaut, ja. Warte mal. Jetzt müsste gleich einer ankommen, warte. Boing, der ist tot. Der hier gerade runterkommen ist gestoppen, aber der gibt Erfahrung. Okay. Wir machen das mal anders. Warte mal kurz. Wollen wir noch einen tiefer? So, das ist jetzt wieder oben weg. Oh, Alter. Was ist denn das hier jetzt? Vorsicht, Paul. Oh, lol. Ja. Das hat echt geklappt. Deswegen habe ich nicht geklappt. Irgendwie ist eins tiefer geworden. Und das ist praktisch nach da oben. Dann kommt die Erfahrung auch so. Vielleicht hier neben Steine. Okay. Du müsstest da oben jetzt nochmal dunkel machen gehen. Nichts, im Moment. Sorry. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Was machst du genau da? Ich hab noch einen Bord, oder? Wir haben hier hinten und her. Ja. Wollen wir mal kurz, wir brauchen mal Gläser Die sehen uns nämlich, ich glaube durch Gläser und dann gehen wir uns wieder her 21... Dann brauchen wir den Glas 21... 22... Wow So Hey, Level 30 Voll geil, an mir laufen Zombies vorbei, die sind jetzt ins Loch gesprungen, so geht auch Hier unten kommt gar nix, die fallen immer alle durch und sind schon tot Ah ne, hier ist eine Hai Ey, ey Ah, hier ist Zombie Bouncing vor rum Hey Zombie Wie ist Level 30? 30 Ich bin Level 20 Ah, jetzt fallen hier mal ein paar Zombies runter War 2 oder was? Ja, kein Auto Es ist ein Koffer Ja, kein Auto Na ja. Na ja. Da ist ja doch keine Idee. Mal gucken. Oh, Alter! Ich komme viel zu wenig Zome so an. Ja irgendwie, stimmt schon Mach das Glas dann nochmal kaputt und bau da Steinbein Ich glaub die beiden dann da hängen, ich wollt's mal testen was besser ist Genau, fisch mir rum in den Weg Haben wir denn hier irgendwo noch Glas? Nee mit Glas wird's nicht besser Nee, ich will was anderes machen, ich will was anderes machen